hallo hier ist bastian von teils sei den bretspiel kanal und heute mit einer besonderen folge denn es geht um einen krimi dinner ohne dinner wobei essen ist natürlich trotzdem erlaubt das sei schon mal vorweg gesagt man kann dieses spiel jederzeit pausieren ich bin das erste mal aufmerksam darauf geworden als ich so angeguckt habe was gibt es alles für neuheiten auf der spiel in essen ja und da bin ich über dieses spiel gestolpert weil mich die grafik einfach total angemacht hat ich finde das total liebevoll gestaltet das ganze und das habe ich mir gleich auf meinen wunschzettel gepackt dass ich darüber einfach mal ein bisschen was erzählen möchte als ich dann in es war bin ich natürlich dann auch zu deren stand hin gepilgert ein junges team stand dort und ich habe mich ein bisschen unterhalten auch darüber was dieses team verbessern wollte im gegensatz zu den spielen die da schon auf dem markt sind und das ist ja ein ziemlich boom in der marken wenn man sich umschaut da gibt es ja eine ganze menge spiele aber das war nicht der einzige grund warum sie jetzt irgendwie einen so ein krimi machen wollten sondern ein anderer grund war auch dass sie im prinzip die ganze zeit gespielt haben und es war kommen noch was übrig und dann haben sie ihre zeit genutzt um selber etwas zu entwickeln weil sie einfach bock drauf hatten das war also ein wirklich sehr angenehmes gespräch und ich werde euch jetzt erzählen ob die ambitionen die sie an sich selber gestellt haben auch wirklich eingelöst wurden denn wir haben das spiel gespielt wir haben uns wie immer schicks recht gemacht das seht ihr hier auf dem foto gut verkleidet und ich werde auch nicht großartig spoilern selbst wenn jetzt die rollen auf dem foto seht da werdet ihr nicht gespoilert es wird nichts davon zur lösung des falls beitragen was ich jetzt im folgenden erzähle zunächst einmal möchte ich euch aber erzählen was eigentlich der unterschied von der tote schiffbrüchigen zu anderen krimi dennern ist und ich hatte eben schon gesagt bei der tote schiffbrüchigen müssen wir nicht zwangsläufig das ganze in ein dinner packen denn ein dinner bedeutet natürlich immer dass man ordentlich fast vorbereitet dass man verschiedene gänge abstimmt dass die sachen natürlich auch irgendwie fertig sein müssen dass man sie dann essen kann wenn es so weit ist ohne zu viel vorzubereiten und hier wurde eigentlich darauf verzichtet gut finde ich dass man das spiel aber trotzdem jederzeit pausieren kann man wird sogar einmal im spiel dazu aufgefordert das ganze einmal vielleicht zu pausieren einmal durchzuatmen vielleicht was zu essen oder irgendwie kann man aber eigentlich die ganze zeit machen weil man wie gesagt immer pausieren kann das hat mir schon mal sehr gut gefallen eine andere sache die mir wirklich gut gefällt bei dem spiel ist erstmal diese ganze einladungsgeschichte ich hatte eben schon gesagt dass die grafik des spiels mir wirklich richtig gut gefällt die ist so ein bisschen wie so bei nightmare before christmas also so diese totenköpfe erinnern mich so ein bisschen daran dieser ganze stil so ein bisschen auf alt gemacht und das ganze hier spielt auch im 19 jahrhundert wir sind nämlich auf einem schiff unterwegs das kentert warum auch immer und einige passagiere flüchten sich oder retten sich auf eine insel und auf einmal fehlt irgendjemand und jetzt ist natürlich die frage was ist mit dieser person passiert und wenn der person wirklich was schlimmes passiert ist wer war denn jetzt eigentlich der killer wer hatte ein motiv beispielsweise wer hatte die gelegenheit und wer hatte die fähigkeiten und das möchte ich gleich als erstes erwähnen dass man sich diese drei fragen während man spielt wirklich die ganze zeit auch ja sozusagen ist bewusstsein holt denn oftmals wird bei diesem spiel und das ist hier auch passiert eigentlich nur auf motiv geschaut und wer kann es jetzt eigentlich gewesen sein wer hatte das stärkste motiv wenn ich mir diese drei fragen nicht ins bewusstsein hole dann kann ich vielleicht hier auf eine falsche fährte gelangen und am ende gar nicht so wirklich genau wissen wer es war und alle sind irgendwie verdächtig alle sind irgendwie verdächtig das ist etwas was ich hier auch noch erzählen kann hier in diesem spiel wird wirklich ganz gründlich darauf geachtet dass irgendwie jeder ein großes motiv hatte hier der täter zu sein und es gibt immer wieder neue hinweise die diese motive auch verstärken aber ich habe dich ja da und da gesehen es ist ziemlich auffällig dass du an dem punkt dann da und da warst du hast sowas verdächtiges gemacht jetzt erinnere ich mich du hast in deiner vergangenheit irgendwas getan oder ich habe dich bei irgendwas erlebt was dich total verdächtig macht ich merke schon ich schwammel ein bisschen rum weil ich möchte ja auch gar nichts verraten aber ja jeder ist erstmal grundsätzlich verdächtig am tisch und das ist ja auch ganz gut ich möchte aber noch mal ganz kurz zurück kommen zum einstieg nämlich diese ganze einladungsgeschichte wir haben uns jetzt getroffen alle an einem tisch ihr habt die verkleidung eben gesehen entstanden ist das ganze während der corona zeit und man merkt auch dass es darauf ausgelegt ist das spiel dass man nicht zwangsläufig alle leute an einem tisch hat man kann also immer wieder auf die website zugreifen und das ganze spiel im prinzip auch online spielen das heißt dass wir in einer video konferenz dort aktiv sind weil jeder einen zugang zu einem web browser bekommt und dort logge ich mich am anfang ein mit meinem namen oder spitznamen oder was und wenn alle dort sich eingeloggt haben dann werden die rollen verteilt und zwar sucht der erste der da kommt sich zuerst eine rolle first come first serve und die anderen nehmen sich dann eine rolle die übrig bleibt sieben spieler können das spiel spielen das heißt wenn fünf oder sechs spieler da spielen dann werden die informationen aus videos geholt bei uns waren wir jetzt sechs weil eine person ja kurzfristig absagen musste und die informationen die ich vermutlich ich war die person die dann weggefallen ist gegeben hätte die haben wir durch nett gemachte videos erhalten die wirklich auch mit diesem totenkopf style mit so einem schönen comic style gestaltet sind fanden wir total angenehm diese videos zu schauen sinnvoll ist es da und das kann ich auch gleich als tipp geben wenn einer vielleicht ein größeres endgerät dabei hat apropos endgeräte dabei haben wir mussten alle ein endgerät dabei haben entweder ein smartphone oder ein laptop oder von mir aus auch ein pad irgendwas ein tablet da also jeder hatte irgendwas vor sich liegen und das ist auch zwangsläufig deswegen nötig weil die informationen die wir bei normalen krimi denn da bekommen dort bekommen wir sie immer vor einem kapitel und alle lesen und lesen und lesen und dann wird das kapitel durchgespielt die bekommen wir häppchenweise auf unseren smartphone auf unseren endgeräten hier geliefert das heißt ihr müsst euch das so vorstellen dass wir dort sitzen und das handy ist quasi offen und ab und zu tauchen in unregelmäßigen abständen irgendwelche informationen auf die mir weiterhelfen eine rolle zu spielen und das hat vorteile und das hat nachteile vorteil ist ganz klar dass ich mir nicht so viel merken muss ich muss mir am anfang nicht ganz viel durchlesen und dann können irgendwelche informationen während des spiels verloren gehen wir haben keine riesige lesephase am anfang gibt es einmal so eine charakterbeschreibung die ist ja nicht so lang also das kann man sich ganz gut merken aber man muss halt erst mal zehn minuten einplan damit alle das lesen können ja aber währenddessen habe keine ganz langen lesephasen mehr und bekommen halt diese sachen häppchenweise und vergessen sie deswegen auch nicht wir können uns sogar diese informationen die wir bekommen so prioritätsmäßig anordnen indem wir sagen das ist eine besonders wichtige informationen die wird ab jetzt hervorgehoben falls ich da noch mal reingucken möchte ziemlich cool gemacht was uns daran gar nicht gut gefallen hat ist dass wir darauf angewiesen waren halt immer auf unser endgerät zu gucken das heißt wir wollten wir uns ja eigentlich so eine immersion erschaffen dass wir jetzt im 19 jahrhundert da irgendwo auf einer insel sind und feuer knackt wir haben uns auch extra eine zwitscher box dahingestellt dass da auch irgendwie dschungelgeräusche und so sind und dann bist du halt immer mit deinem endgerät unterwegs und guckst darauf und das haut einen natürlich auch immer irgendwie raus auf dieser immersion außerdem ist es so dass ein bis zwei spieler innen ihr smartphone auch gerne mal weggelegt haben umgedreht haben und gar nicht dann gesehen haben dass da neue informationen kommen und ich erzähle dann was als ein spieler und erzähle ja weißt du noch damals und so oder was guckst du denn immer dahin beispielsweise und die andere person hat natürlich gleichzeitig so eine information bekommen dass sie jetzt auf einmal immer irgendwo hinguckt und wenn die person das nicht liest und ich lese das und erzähle das dann weiß die person gar nicht wovon ich spreche war war das hell und denkt sich dann halt vielleicht irgendwas aus weil es zum spiel gehört vielleicht also zum schauspiel dazu und das gab dann so eine asynchronität des wissens sozusagen das heißt ihr müsst euch gewahr sein dass ihr das smartphone oder endgerät sage ich jetzt immer irgendwie offen habt dass ihr seht dass da jetzt was kommt und manchmal ist das doch ziemlich störend gewesen nicht nur weil wir vielleicht in einem alter sind wo nicht alle unbedingt die ganze zeit auf ihr smartphone schauen und auch weil man ja wenn man gerade sich unterhält über eine bestimmte sache in der geschichte und auf einmal kloppt da was auf da wird man halt doch rausgeholt und abgelenkt eine weitere sache die ich mit dem team dort besprochen habe war dass man sich auf einmal an sachen erinnert an die man sich vorher nicht erinnert hat und dass man das komisch findet und das konnte hier nicht ganz abgelegt werden ich hatte manchmal informationen bekommen die hätte ich vielleicht vorher nicht von dem brauchen können aber das ist mir total schleierhaft wieso ich diese informationen jetzt erst bekomme übrigens mir fällt gerade ein dass du und ich denke mir jetzt was aus dass du die leiche da und dahin gebracht hast so als wenn ich das vorher nicht gewusst hätte ja also das ist wirklich ausgedacht so plump ist es nicht es ist natürlich deutlich besser gestaltet aber trotzdem muss man sich dann natürlich schauspielerisch was ausdenken damit man irgendwie ja klar macht warum einem das jetzt gerade überhaupt wichtig ist was da gerade aufgefallen ist und zweitens warum man sich erst jetzt überhaupt daran erinnert ja also mit dieser art der information muss man klarkommen smartphone und diese erinnerungslücken die dort entstehen es ist uns nicht besonders negativ aufgefallen was die erinnerungslücken angeht da haben wir schon deutlich deutlich schlechtere spiele gespielt wo man sich da an den kopf gefasst hat und das kann ja gar nicht wahr sein was uns wirklich ziemlich gut gefallen hat in dem spiel das war das die meisten charaktere eine ziemliche tiefe erlangt haben das heißt es waren so richtige lebensgeschichten die da waren und da um diese lebensgeschichten kann man sich natürlich viel ausdenken man hat nicht so einen flachen charakter wo man gar nicht weiß was man dazu erzählen soll das war nicht bei allen charakteren gleich stark ausgeprägt muss ich auch sagen aber einigen war es ganz tiefgründig und man konnte wirklich über deren leben reden man hat sogar eine art von empathie vielleicht entwickelt für die personen und das ist natürlich total klasse wenn so etwas passiert ziemlich cool fand ich auch dass man teilweise und das lag natürlich auch an dieser smartphone geschichte gleiche dinge erlebt hat und dann die gleiche geschichte vielleicht weiter spinnt oder dass es dann zu widersprüchen kommt innerhalb der geschichte die man ja angeblich gleich erlebt hat und das hat immer wieder für kleine wendungen gesorgt wir haben uns auch richtig viel spaß gemacht die geschichte die finde ich gut gelungen ich finde es toll auf so einer insel da zu sein und dass man dort halt allein ist in einer als der mörder sowas finde ich eigentlich immer ganz gut man erinnert sich an den ein oder anderen edgar wallace film ja und nehme ich die ganzen punkte ist also zusammen tolle aufmachung technisch wirklich richtig gute umsetzung muss man sagen auch wenn es jetzt leute gibt die nicht so gerne dauernd auf ihr smartphone oder so rauf schauen gelungene story viele wendungen charaktertiefe dann kann ich das spiel auf jeden fall nur empfehlen wenn ihr auf kooperative krimi spiele steht ein tolles junges team das das ganze gemacht hat wirklich liebevoll gestaltet hat und dass es auf jeden fall wert ist hier dieses hier zu fördern es ist nicht in dem großen marketing bereich wie man an krimi den erhalt sieht dass es das überall zu kaufen gibt deswegen finde ich es gerade wichtig dass man sowas unterstützt vor allen dingen weil es qualitativ deutlich über dem ein oder anderen an krimi den er das ich bereits gespielt hat auch steht ja also ich packe euch mal den link unten in das video zu der seite von denen und etwas was es wirklich zu unterstützen gilt denn nicht nur weil es so sympathisch leute sind sondern weil es auch einfach ein gutes spiel ist und das fand an dem abend wirklich jeder jeder hatte spaß und hat lust auf eine weitere partie von mortys mysteries ja das war also meine sonderausgabe zu einem kooperativen krimi spiel und wenn euch das video gefallen hat dann freue ich mich natürlich wie immer über ein abo und einen daumen nach oben sowieso bis dann euer tile style hopen 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 brow hopen Vielen Dank.